Ich muss im früheren Leben wohl ein Reblaus gewesen sein. Dieser Satz von Hans Moser ist wohl ein bleibendes Denkmal für den oft allzu entspannten Umgang mit Alkohol in Österreich. Willkommen bei mehr Leben, das Magazin rund um ihre Gesundheit. Ob Sucht oder auch Genuss, wir fragen den Experten schlechthin. Michael Muserleck leitet die größte Suchtklinik Europas. Herr Prof. Muserleck, schön, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Dankeschön. Es geht um Alkohol in Österreich. Wir liegen ziemlich an der Weltspitze, was den Alkoholkonsum betrifft. Es gibt ca. 350.000 Menschen in Österreich, die Alkoholiker sind und es gibt 800.000, die gefährdet sind. Woran erkenne ich denn, dass ich gefährdet bin? Gefährdet ist man dann, wenn man Alkohol regelmäßig zu sich nimmt. Das heißt, dass es keine alkoholfreien Tage mehr gibt. Die wirkliche Gefährdung beginnt dort, wo man Alkohol als Medikament einsetzt. Um entspannt zu werden, um die Ängste loszuwerden, um vielleicht einschlafen zu können, dort ist es besonders gefährlich. Wenn ich merke, dass jemand in meinem Umfeld ein problematisches Verhalten mit Alkohol an den Tag legt, wie gehe ich denn damit um? Man sollte das Problem ansprechen. Man sollte sagen, ich habe den Eindruck, dass du doch relativ viel trinkst. Oder am Arbeitsplatz, es fällt mir auf, dass du immer wieder am Montag oder am Dienstag im Krankenstand bist. Das sollte direkt und dann relativ bald eine fachgerechte Hilfe in Anspruch genommen werden. 8000 Menschen sterben pro Jahr an zu viel Alkohol und nur 150 bis 100 an quasi den illegalen Drogen. Gehört jetzt Alkoholverboten? Wie sehen Sie das? Ich halte von einem Alkoholverbot, außer jetzt bei Jugendlichen und bei Kindern, nichts. Das große Problem in Österreich besteht, dass der Alkohol noch immer nicht als gefahrvolle Droge gesehen wird. Das, was wir bräuchten, ist einfach ein anderes Bewusstsein dem Alkohol gegenüber. Zum einen, dass wir die positiven Effekte natürlich kennen, aber auf der anderen Seite, dass wir auch lernen, mit dieser Substanz umzugehen. Denn ein solcher Rauschzustand kann natürlich leicht in einen komatösen Zustand übergehen und manchmal auch zum Tode führen. Und leider in Österreich ist es halt Learning by Doing und dieses Doing ist oft zu viel. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Professor. Wir sprechen heute mit einem, der ganz genau weiß, was Alkohol anrichten kann. Sie sind seit mehr als zwei Jahrzehnte völlig trocken und haben aber genauso lange davor zu viel Alkohol konsumiert. Was hat denn der Alkohol bei Ihnen angerichtet? Ich habe einen ungekündbaren Job verloren. Die Ehe gingen Brüche. Ich war völlig unzuverlässig. Wenn ich einmal angefangen habe, nach dem Arbeiten auf ein Bier zu gehen, dann war ich die ganze Nacht unterwegs. Wann war denn der Zeitpunkt, wo Sie entschieden haben, ich beende quasi dieses Trinkerleben? Ich war im Krankenstand und war am Mittag schon betrunken. Plötzlich wusste ich, es geht so nicht mehr weiter. Entweder ich bringe mich um oder ich unternehme wirklich was gegen meinen übermäßigen Alkoholkonsum. Was ist denn Ihr Erfolgsrezept? Was ist Ihre Erfahrung, damit man wirklich trocken bleibt? Meine Erfahrung ist, dass man nach dem klinischen Entzug weiterhin eine Nachbetreuung braucht. Das heißt auf jeden Fall Hilfe in Anspruch nehmen. Dann danke ich ganz herzlich für dieses offene Gespräch und alles Gute. Danke schön, Herr Reis. Der Alkohol wird dann zum Problem, wenn es ohne nicht mehr geht. Für Betroffene und Angehörige gilt, hinschauen statt wegschauen. In diesem Sinne ein promillefreies Prost und auf Wiedersehen bei mehr Leben, das Magazin rund um Ihre Gesundheit. Hier wird dann mit einem Diastellen Sektion rund um 11.3. In diesem Sinne ein, der irrende Stift-Löser ist, mit einem Stift-Löser.